Pivoter bitte, komm! Okay, stopp, 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 stopp! Das ist ein gutes Beispiel. Der Außenbefänger, bitte, hier würde ich dir sagen, warum du da bleibst. So, er geht mit dem Ball hier. Und du hältst deine Position dort. Der Pivoter ist ein bisschen mehr hier. Und du hast zwei Meter über ihn. Hier ist der Ball. Hier ist der Spiel. Ich weiß, du bist weniger. Aber du musst mehr, 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 mehr. Komm zu ihm. Und wenn er, wie wir gestern haben, den Schritt auszutauschen, dann hast du nur eine Chance. So, mach den Schritt auszutauschen. Manchmal muss man mit dem Schritt auszutauschen. Man kann nicht mit dem Schritt auszutauschen. Mit dem linken Arm ist das nicht möglich. Aber es ist eine kleine Situation. Er möchte eine Position finden, und ich finde meine Hand hier. Für den Pass. Das hat nur mit dem Schritt auszutauschen. Und dann kann er da nicht gehen. Er kann nicht einen Schritt machen. Er geht ein bisschen zurück. Er geht ein bisschen zurück. Es ist total einfach. Komm her. Warte mehr auf den Fuß. Du hast weniger. Komm her. Ich brauche jetzt mehr Defenswerke. Ein Schritt da. Das ist genug. Okay. Ist weg. WeitereInsente. Ge assemble es mal. Mach ihn mal an. Okay, es ist nicht in der Raum. Warte ein bisschen, gib ihm eine Chance. Hey, 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 hey. Stop. Der Hauptpunkt ist, wir beginnen so früh. Er ist zufrieden. Lass ihn gehen. Lass ihn einen Platz finden. Nicht nur eine Lösung für dich. Dann geht es 3 gegen 1. 3 gegen 2 ist genug. Okay, warte ein bisschen länger. Komm schon. Jetzt können wir anfangen. Und ich möchte auch einen Spieler hier in der Mitte zurück. Ich möchte einen Spieler hier. Hier brauche ich den Spieler. So kannst du auch mit ihm spielen. Okay, auf beiden Seiten. Und es dauert ein bisschen länger. Okay, wir beginnen auf der linken Seite. Komm schon. Komm schon. Gut. Ah, es ist nur ein Zentimeter. Und du hast den Ball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, stopp. Stopp, stopp, stopp. So, der Ball geht auf die Wände, und du schaust dich hier und machst deinen Schritt nach außen. Das ist das Gleiche mit dem linken Leg. Du musst nicht hier und hier schaust dich, weil dann der Ball geht nach außen. Und er ist total frei. Du musst mehr machen. So, nur der linken Leg hier, deine Hand hier. Wenn der Pass geht hier, bleibt dann hier und kann es wieder arbeiten. Okay? Der Mann, der hier vorhin war. Aber mehr Arbeit, mehr Arbeit. Okay, 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 stop. Das ist gut, das ist gut. Das nächste, das nächste, das nächste. Find eine Lösung. Aber du hast kein Gespräch zusammen. Du bist nur ein Mensch, sprich zusammen. Ich bin weg. Du holst den Privat. Komm schon, geh da. Komm schon, geh da. Ich brauche mehr Kommunikation zwischen den beiden Leuten. Okay, stopp. Stopp. Ich will diese Situation. Komm hier, komm hier. Komm hier. So, es ist auch manchmal in der Spiel. Nicht von dieser Seite, aber wir kommen hier. So, wir schlafen hier. Dann hast du die erste Information für ihn. Du gehst da oder du gehst zum Privat. Gib ihm, sprich mit ihm. In diesem Moment, wir starten die Kommunikation. Er weiß nicht, was du willst. Wir müssen es tun. Wir haben viel Platz in diesem Moment. Wir sind ein Spieler weniger. So, wir müssen mehr hier. Und wir müssen hier hier sprechen. Okay. So, wir finden eine Lösung über ihn. So, er weiß nicht, ob er den Privat. Oder ob er das sieht. Wenn er das sieht, geht er zwei Schritte in den Kopf. Oder spielt für den Ring. So, sag ihm. Der Privat ist da. Es ist mir. Ich gehe für ihn. Und wenn wir zurückgehen, wir arbeiten direkt mit unseren Händen. Okay. Um ein pass zu bekommen. Okay. Good Feint von der Anführer. Warte, 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 warte. You are too early. Wait, wait, now. Okay. Check ihm, sei es vorbei. Okay. Stopp, 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 oh, now the attack players find a good solution for the wing players, which way, which way, they are staying totally in the corner and they became the passes over the floor, but if you stay there five minutes now, the next pass must be you, it's even the same, you can't make pressure and do like this, so you work a little bit deeper and pick up this pass, come on. No, you go ahead from the pivot, you are, you are behind the pivot and you go away from him, the ball is there, you can play, turn around about him, oh, it's possible every time this easy pass, ah, it's better, but put him out, put him out a little bit, he is before in front of you, okay, stopp, we change only one thing, we change only one thing, so without going in front and going back, it's only to, I want to show that we can do it without fast back and coming back, so directly, we start on this side, the ball is there, I have this player here, and if you have finished this situation three against two, you are the next defender on this side, nothing else, but on the directly way, okay? Come on. Speak with him, but you have to work more on your feet, I tell you, in the morning, good move, good move, it's okay, a lot of goals, too much, too much in the moment, and two easy solutions, they have to work more, they have to work more in the attack, hey stop, stop, it's not possible, he's coming to you, and you go back, yeah, then you have a free space for the shot, now pick him up, pick him up directly without on the hand that he can not play the pass, the pilot is him in the moment, that's okay, but not make the step and go here, and look what he's doing, it's not possible when we are one player less, okay? Again, 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 please. So it's one second of the ball in the air, huh? So you can go outside directly. Good, it's okay, it's okay. It's nine meters, and the other side is working. Oh no, stop, this is not stop, stop, stop. He has both ways, he's on this position, and you risk what you're doing with one player less, it's too much. Okay, we can do it if we have the others on the side. If this player is also working here, maybe we can do that. But you must remember and realize the situation two against three. So you stay here, the other guy is staying here, and you make, you want to go here, so you can make all the things, you open it for him, make it really easy, okay? Still remember the situation in which you are. Okay. No goal. No goal. Hey!